So, machen wir da drunter Haare. Hoi. Er hat's nur noch gesagt, dass jemand anderes verschweißt. Machst du ein Video oder was? Youtube. Ja, von mir aus? Da hab ich doch nichts gegen. Stell mich doch in Youtube rein. Ja, Prost und Wohle. Die Mütter von morgen, ne? Definitiv. Das sind die Besten, glaub's mir. Meinst du? Ja. Okay. Ich muss wissen. Ich kann's nicht lesen. Ich kann's nicht lesen. Oh, das ist fehlbar, Herr Maitreuk. Verklüßbar, ja. Aber es ist ja auch scheiße, wenn die Seine hochgenommen wird. Dann haben wir so viele Videos und sowas. Ach, du willst zu Freak fahren, guck dir erst mal das Video an. Abteilung hier. Dann kannst du ja nochmal sagen, ob du dir das antun willst, ne? Ja, der Käpt'n Morgen ist ja leider schon alle... Käpt'n Morgen. Das ist ja leider schon alle. Soviel zum Thema. Putz wird später. Genau. Das müssen wir eh nicht machen. Hier. Ich geh auch nicht durch die Wache. Das ist scheiß Autonomer. Ich geh auch. Autonom, Nazi. Autonom, Nazi. Hey, das Video muss ich mir auf jeden Fall schicken. Oje. Ich hab die... Und schmeckt der Käpt'n... Der ist schon längst leer. Muss zugeben, ein bisschen neidisch bin ich ja schon. Schreib ihm, dass ich ihm das Video schicke.